Future Filmmaker Awards 2024 Wir sind im Virtual Production Studio Wir sind zurück in Venice Beach Maddy, es ist ein echtes Freude für mich, dich hier in L.A. Mein größtes Tipp für alle Filmmaker ist Mein Tipp für future Filmmaker ist Ich denke, dass alle einen secreten Antworten suchen Mein Tipp für junge Filmmaker wäre Das ist mein Pass für die Sony Future Filmmaker Awards Wir sind jetzt hier in den heiligen Hallen von Sony In den Sony Picture Studios Und ich war letztes Jahr schon mal hier Vielleicht habt ihr den Vlog gesehen Ich bin dieses Jahr wieder eingeladen Diesmal habe ich nur deutsche Unterstützung mitgebracht Nämlich die Sanne ist mit dabei Ich bin nicht ganz alleine Freue ich mich sehr Ich mich auch Und wir haben hier ganz, ganz viele tolle Kollegen am Start Unter anderem hier Filmmaker's World ist mit am Start Der Emanuelle, der war letztes Jahr schon mit dabei Ja, letztes Jahr hatten wir viel Regen Dieses Jahr ist es viel besser Aber es ist noch kräftig Aber es wird noch besser werden Ich bin ziemlich sicher Vielleicht kennt ihr den Kollegen sogar Das ist Nicola von Filmmaker's Hallo, hallo 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 Ich mach Seinfeld Ich mach Seinfeld Genau, das ist nämlich das Set Da sind so klar ein paar Sachen ausgestellt Das ist das Seinfeld Set Und hier ist natürlich meine Welt Breaking Bad Wir kommen gleich noch zum Bus Den habe ich letztes Jahr ja schon gesehen Schaut euch mal die Deckenhöhe an Es sind ungefähr so 15, 16 Meter Ich glaube da kann man ganz gut Licht aufbauen Und das ist auch der Grund Wir werden nämlich die ganzen Sets für Hollywood aufgebaut Und teilweise sind da ja auch Stuntzellen dabei Und da braucht man auch die Deckenhöhe Das ist schon echt krass Wie viele von diesen Sets hier rumstehen Beziehungsweise wie viele Stages es gibt Und wie viele Stages auch gerade in Benutzung sind Wo halt auch gedreht wird Wir haben leider nicht Access zu allen Weil natürlich dort wo gedreht wird Das Ganze teilweise geheim ist Das sind natürlich auch Schauspieler, die bekannt sind Deswegen wird das dann alles ein bisschen geheim gehalten sozusagen So sieht das Innen aus Hier wird gerade ein neues Set vorbereitet Das ist sehr viel Holz Es können auch eine Schreinerei sein Aber hier entsteht tatsächlich ein nächstes Set Für irgendeinen nächsten großen Hollywood-Film Ziemlich krass, was hier so gebaut wird Man, du bist gespannt, dass du hier bist? Hell ja! Wie könnte du nicht so glücklich sein, dass du hier bist? Das ist klasse Die Größe von diesen Sets ist auch schön Das ist schön Wir haben wieder ein relativ straffes Programm Und sind jetzt auf dem Weg zu den Sony-Engineers Und da haben wir die Möglichkeit wieder Feedback zu äußern Was dann in der nächsten Kamera-Generation umgesetzt wird Und ein kleines Beispiel aus dem letzten Jahr Wir haben uns gewünscht Ein variabenden ND-Filter mit Active Stabilization Und jeder meinte, das ist technisch nicht möglich Und dieses Jahr kam die Burano raus Und wir wissen, es ist möglich Und das ist halt ziemlich cool Wenn du hier Feedback äußerst Dass es dann in der nächsten Generation tatsächlich zu sehen ist Also mal gucken, wie die nächste Dream-Kamera aussieht Ich habe einiges auf dem Zettel Ihr habt mir viel geschrieben Und das werde ich jetzt den Engineers mitgeben Wir haben einiges an Für mich als Solo-Filmmaker Ich würde wirklich gerne einen ND-Filter im Kombination mit dem Ibis Das wäre ein absoluter Game-Changer, weil ich weiß, dass ich keinen anderen Brand kann das in so einem kleinen Body deliveren. Und Sie haben gezeigt, dass es mit dem Murano möglich ist. Ich wünsche mir dieses Feature in der FX3. Das wäre ein totaler Game-Changer. Ich versuche, dass meine Kamera so klein wie möglich ist. Die Monitor ist bereits sehr gut. Aber nur ein bisschen größer Monitor, natürlich die Kamera wird auch ein bisschen größer. Aber dann musst du nicht mehr einen externen Monitor bringen. Das kombiniert mit Waveform, und ich habe nichts mehr zu klären. Die einzige Sache, die ich an der FX3 vermisse, ist die Viewpoint. So, Feedback-Session ist durch. Und wir haben einiges an Verbesserungen wieder angemerkt. Ich bin gespannt auf die nächste FX3. Vor allem, ob die dann internen Stabi hat und Variablen ND. Das war mal wieder ein Thema heute. Und ja, viele Sachen angebracht. Große Sachen, Monitor. Ich bin sehr gespannt, was davon umgesetzt wird. Und jetzt geht's weiter mit der Studiotour. So, wir sind jetzt wieder am Flughafen angekommen in Los Angeles. Unser Flug geht jetzt in zwei Stunden. Wir stehen hier schon am Gate. Es war sehr, sehr schön. Und für uns geht's jetzt nach Hause. Wir sind im Virtual Reproduction-Studio. Wir sind jetzt hier im Star Trek-Set angekommen. Das ist total krass. Wir sind hier irgendwo auf einem Spaceship unterwegs. Und innerhalb von Minuten wurde hier der Hintergrund ausgetauscht. Und das Coole ist halt, du brauchst hier kaum noch Postproduktion. Du machst das Ganze schon während des Drehs. Du sparst natürlich eine Menge an Geld. Und ja, ich meine, die Miete hier für dieses Studio ist abartig teuer. Aber das Geld, was du dann am Ende in der Postproduktion sparst, holt das Ganze wahrscheinlich wieder rein. Und das Coole ist, die Schauspieler können sich direkt in dem Setting zurechtfinden. Und sie wissen auch, wie das Ganze dann später schon aussieht. Das heißt, das ist natürlich auch aus Schauspielersicht viel interessanter. Der Kameramann bekommt direkt eine Idee, wie das fertige Bild aussieht. Und muss quasi nicht mehr mit einem Greenscreen oder einem Bluescreen arbeiten. Und sieht direkt das Ergebnis. Das ist halt ein absoluter Game-Changer. Und ich habe hier ganz viele Uhrbeleuchter am Start und andere die Jenny. Oh, ein schönes Haarlight. Ja, das ist ein schönes Haarlight, oder? Ja, das ist ziemlich schön. Ja, das ist sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und hier sind überall Kameraleute. Ich sage nur, ich bin ein großer Fan von Jenny, Alice. Und ich habe sie auf dieser Spaceship gefunden. Es ist eine sehr spezielle Sprache. Hi, Mom! Ich möchte dir die Schauspieler zeigen. Wow! Okay, okay, Spaceship, Spaceship! Ich bin ein großer Fan. Ich bin ein großer Fan von dir. Das ist so lustig. Du hast es in der Spaceship gemacht. Du bist so lustig. Ja, wir sind in der Spaceship heute. Wie liebst du es hier? Es ist eigentlich super, super beeindruckend. Spaceship. Es ist so cool. Es gibt so viel Spaces hier. Das ist wirklich gut. Das ist, warum es die Spaceship nennt, oder? Ich liebe es. Ich bin ein Spaceman. Ich bin ein Spaceship. Man kann hier ganz kurz sehen, wie die Kamera sich bewegt und wie sich dann auch der Hintergrund bewegt. Das ist einfach deswegen, weil natürlich die Rechenleistung für das Rendering recht hoch ist. Und um das zu optimieren, wird halt eben immer nur der Hintergrund gerendert, der auch gerade genutzt wird. Und ihr seht jetzt hier quasi den Kamera-Frame mit 21 zu 9. Er ist komplett gerendert. Die Kamera bewegt sich. Der Hintergrund bewegt sich mit, bzw. die volle Auflösung bewegt sich mit. Ja. Ich bin so beeindruckt. Ja. Ich bin so beeindruckt. Ich bin so beeindruckt. Ja. Ich bin so beeindruckt. Indiana Jones ist hier. Ja. So, wir sind jetzt bei der DOP-Konferenz. Und hier vorne werden gleich zwei hochkarätige DOPs sprechen. Bin sehr gespannt, was wir da noch mitnehmen können. Es ist einfach mega krass, was hier für Leute am Start sind. Also wirklich Hollywood-DOPs und auch YouTuber. Welche genau, zeige ich euch jetzt. Und jetzt habe ich jemanden getroffen, den ich sehr bewundere. Ich bin ein langer Zeit schon Follower von Maddie. Vielleicht kennt ihr seinen YouTube-Channel. Maddie, es ist ein echtes Freude für mich, dich hier in L.A. Und ich mache ein Video für meine Gemeinde. Und ich würde es lieb, ihnen irgendwelche Vorstellungen zu geben. Ja. Jungen Filmmakers. Also, wir haben einen Tipp, vielleicht für junge Filmmakers, wie sie ihre Fähigkeiten verbessern können, wie sie die nächste Maddie sein können. Ich denke, dass alle schauen, eine secretige Antwort. Ja. 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 für junger Film advisers would be, if you've got an idea do don't think that your idea it is as important as the biggest directors in the world. Cause everyone's got their individual brains and I think it's so easy to get swept up thinking that like the best directors in the world have the best ideas they don't. If you've got an idea it is just as unique as all of the stuff you see in Hollywood. Wir sind zurück in Venice Beach, ein Jahr später endlich mal mit Sonne. Beim letzten Mal hat es aus Eimern geregnet. Sebastian, Venice Beach bei Sonne, dass wir das noch erleben dürfen. Ich bin hin und weg. Ich glaube, wir sind immer noch in einem produktsischen Studio. Ich glaube, das ist nicht real. Das kann nicht echt sein. Die große Rotneil 2024 in Los Angeles. Es ist soweit. Und ich schmeiß mich jetzt mal ein bisschen in Schale, denn ich bin noch ein bisschen casual unterwegs. Und heute Abend ist der Dresscode Tuxedo. Was das bedeutet, seht ihr gleich. Here we go! Klingt schneller als wartet, Zauberkugelheim funktioniert und jetzt Future Filmmaker Awards. Let's go! So, wir sind hier mit dem schönen Kalifornien Son. Mit Philippe, Lorenz und Dennis. Der größte Filmemaker von Thuringia. Von Thuringia! Von der Deep Woods! Von the Deep Woods of Thuringia! Das ist unglaublich. Wir haben uns gemeinsam gesehen. Wir haben uns in person gesehen. Das ist wahr. Wir kennen uns seit fünf Jahren. Aber ich muss nach L.A. kommen, um ihn zu sehen. Aber er sieht sogar noch besser in der Realität. Das ist unglaublich. Vielen Dank. Du siehst schön, Mann. Oh, Mann. Danke. Ich habe mich in die ganze Nacht gehalten. Wir sehen, ich muss zurück zum Gym. Was geht ab, Freunde? Aus L.A.? Willkommen in Los Angeles. Meine Hood. Deine Hood. Wir haben es noch nie gesehen. Er wohnt in Englisch in Leipzig. Ich in Erfurt. Ich muss erst nach L.A. kommen, dass wir uns mal in Persona treffen. Und jetzt sind wir hier auf dem Roten Tabien. Jetzt sind wir hier. Geil. Das Schöne an den Awards hier ist, man trifft wirklich Leute, die sehr lange schon im Business sind und vor allem auch krasse Sachen gemacht haben. Unter anderem Kate. Sie hat Game of Thrones. Sie hat Game of Thrones. Sie hat Game of Thrones, right? Ja, ein paar davon. 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 Ich denke, es wurde oft ein paar kleine Schritte. haben sie zu diesem Punkt, wo plötzlich jeder sagt, oh mein Gott, du bist überall. Es ist vieles hartes Arbeit und es ist nur die Stunden und die Zeit zu machen und es wird größer und größer. Und dann hoffe ich, dass du dann auf Shows gearbeitet hast, die du vielleicht ein Fan warst, wenn du jüngst. Super. Vielen Dank für diesen tollen Film. Sorry! Man, hier wir sind. Hier wir sind. In Los Angeles. Was für ein Zeitpunkt, dass wir hier leben. Wie lief es? Ich liebe es, es ist super Spaß. Surrounded by andere Filmmakers, kreative Leute. Man kann wirklich nicht falsch sein. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es war so viel Spaß zu treffen, Leute. Ja, natürlich. Wir haben uns so lange kennengelernt, aber es ist die erste Mal, dass wir uns in der Fleck haben. Ja, genau. Das ist, was es ist. Das ist, warum ich die Industrie liebe. Du kennst Leute all over der Welt und dann sie in personen treffen. Das ist so ein guter Gefühl. Und das ist auch noch ein tolles Tipp. Connect mit anderen Leuten und sie in der Realität treffen. Natürlich. Ich meine, danke fürs Zuschauen. Das ist der Ende dieses Video. Es ist eigentlich das Ende. Wo ist es? Oh, nice. What a honor. What a great way to end. Und ja. Ich hoffe, ihr lernt etwas. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. I'm switching to German again. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht in den nächsten Mal wieder. Und in dieser Stelle. Tschüss. Ciao. Goodbye. Tschüss. Tschüss.